wir sollten vielleicht mal in deckung gehen bin ich ganz schädlich ich habe keinen schuss mehr darauf ach du scheiße flucht ist manchmal nicht verkehrt okay okay so gut wie tot heilung sehr schön und zwanzig und Panzer baue ich wirklich. Bei der Panzerung geht noch mehr. Wir müssen hier auf Rüstung setzen. Das Nachname ist kritisch. Du auch noch, oder was? Wo bist du? Und weg hier. Wir sind relativ gut. Wir füllen einen Zünder. Mir geht die Menschen nicht, Alter. Ich muss doch auch irgendwann... ... ... Kacke, 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 Kacke. Ist nicht gut. Vorbeilung. Bis es hier nur zu gibt. Ist nicht gut. Sag mal, geh doch mal kaputt. Das gibt's doch nicht. Bis der noch lebt. Oh Scheiße. Irgendwann muss der doch da unten gehen. Tja. Wie viel braucht der noch? Alter. Wir haben unseren Endgegner gefunden. Und was bist du? Wir haben den Kopfschmerzen. Und wir haben unsere Aufladen. Fürst nicht die Kraft mehr? Das wäre vielleicht eine gute Idee. Ich fürchte nein, aber das wäre natürlich was. Für mich ist es besser. Für mich ist es besser. Für mich ist es besser. Ja, unbedingt. Es wird wahrscheinlich springen. Es ist schon etwas da. Ich kann es nicht absorbieren. Ich kann es nicht absorbieren. Ich könnte es springen. Ja, dann wird es nur mit F, oder? Na, wo bist du? Ach, der ist nicht kaputt zu kriegen. Ich muss noch meine Zunergie verschwenden. Das finde ich ja geil. Ich sag mal, hast du irgendeine Schwachstätter? Alter, wie oft muss man ihn treffen? Ich habe hier schon keine schlechte Taktik gewonnen. Ich habe hier noch einen Heizschuss. Ich habe hier noch einen Heizschuss. Ich habe hier noch einen Heizschuss. Ich habe hier noch eine Art und Weise. Ich habe keine Munition mehr. Das kann es doch nicht sein. Oh, Scheiße, schnell weg! Das kann es doch eigentlich wirklich nicht sein. Können wir hier irgendwo weg? Wir sind hier wirklich in der Subgasse. Gut, mal theoretisch lieber, aber... Ne, großartig. Das sollen wir einfach wirklich haben. Das will ich ja nicht glauben. Ach, danke. Ein bisschen Leidung. Wir müssen doch irgendwie da umkriegen können, oder? Da muss ich rüber zur Tür. Ein Geweide rausfallen, wie ein Zombie. Okay. Okay, okay. Wir müssen wirklich abhauen. Das ist mit der Maschine jetzt. Die ist noch da, oder? Oh, ne, die ist tot. Die Maschine hat ja nichts. Finde einen Weg zur Spitze des State Buildings und nimm Kontakt mit der Widerstandsgruppe auf. Haben wir die Maschinen weggetötet? Sieht aus. Sieht aus. Die Strahlung dürfte oben im Gebäude nachlassen. Wow. Alter, das war aber... Meine Stimme, Anja. Zu jeder Zeit. Wie Balsam. Alter, das war echt... Das war eine Hausnummer. Ja. Ja, hier... Hier ist grad schlecht. Ich werde hier überrumpelt. Panzer. Ich habe hier null Deckung. Und scheinbar auch keine Heilung. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Oh, da ist noch lebens ein Wunder. Hier. Oh. Hier muss lang. Und rein hier. Oh, Kacka. Level verlassen, sehr schön. das war dann wer zum teufel sind sie weißbrot ganz ruhig zuerst mal möchte ich klarstellen dass ich nicht zum regimen gehören nein nein ich gehöre nicht zum regimen nicht zum regimen klar wenn sie kein weißer faschist und dann sind sie entweder ein farbiger oder abweichler dass sie keine farbe haben sind sie wohl ein abweichler sieht so ein abweichler aus kreis nö Augenblick mal ich bin vielleicht kein abweichler ich hab doch gesagt er ist vom regimen jetzt reicht's wenn sie die nerven ich sag's noch mal ich bin nicht vom regimen sie holen jetzt super spash wieder rein und setzen ihn ab sonst stopfe ich ihnen die granate in den arsch und sie mit vergnügen zu wie ihre eingeweide von der decke tropfen klar man mal zuhören der ich habe keine zeit für diesen scheiß wir haben versucht ihre gruppe zu kontaktieren wir organisieren eine revolution in amerika wir bewiesen auch kreis spashy bring diesen wichser nach drinnen und gib ihm was warmes zu essen ich stecke das wieder rein scheiße entdeckung nur ein scherz man ist ein blindgänger sie hat so einen krankenhumor sie erdrücken mich das ist chili rezept meines vaters habe aber keinen löffel danke also was ist mit dem hühnerdraht hühnerdraht das ist mein faradäischer käfigmann gefällt er ihnen der hält das außerirdische regime schön auf abstand ich wurde fast von william blazkowitsch getötet scheiße darf ich sie waren hier als die bombe fiel ja war ich ich habe das recht gut überstanden weil ich unter der erde war als ich rauskam sah es aus wie eine vision aus dantes inferno wissen sie ich erinnere mich an verstümmelte die durch den nebel lurten an schreie die durch die zerbombten gebäude halten wie heulende geister eine mutter war da mit ihrem sohn blind stolperte der junge durch all das chaos mit weit ausgestreckten armen und rief nach seiner mutter die hitze der bombe hatte die haut in seinen armen verbrannt und sie hing runter so wie ein hemd das ihm viel zu groß war und ich weiß noch wie die mutter versucht zu ihm zu kriechen die hälfte ihres körpers war völlig weg einfach so weg in so einem moment was denkst du da wenn du weißt du verlierst alles was du liebst was denkt man in so einem moment scheiße das wird eine narbe geben monster waren das keine monster menschen ihr verlust tut mir leid mr blazkowitsch ich habe karoline kaum gekannt aber sie war wohl eine tolle frau sie hatte eier aus stahl eier warum müssen immer eier herhalten wenn einer mitteilen will wie hart er ist kleine äußerst zarte dinge geborgen in ihrer warmen gemütlichen verletzlichen höhle aus schrumpeliger haut scheiße was bleibt für dein rätsel kein rätsel ist der süße saft den sie produzieren ja ich werde auch bald vater mutterfass so ist der kleiner ist eine sie tut mir leid weswegen denn was ist's schweine jede menge kommt die treppe hoch eine scheiße am mich scheiße die wix haben uns gefunden na haben sie einen fluchtplan mr blazkowitsch anja wir müssen hier sofort raus verstanden william schicke hast 1 und hast 2 für sofortige evakuierung verstanden bringen sie ihre leute aufs dach ich stoppe die eingreifer bis die helis da sind brüder und schwestern dann hört zu ihr müsst alle sofort aufs dach wir evakuieren und nehmt alles mit was ihr tragen könnt los die zeit drängt leute na los alles klar schaffen sie einfach ihre leute hier aus kommt her und holt mich hier das kapitel hier ist exakt das was wir drauf haben oh scheiße was nicht brauchen was diese tut hier ähm ich bin und echt ich brauche mich heute brauche hier ein bisschen was um abzureagieren hier ist Heilung irgendwo Heilung es ist keine motion hier drinnen meine fressen was ist denn das hier was ist denn das hier was ist denn das hier okay mal nachladen hier was wir brauchen und wo werde ich denn hier angeschossen Alter... Okay... Dieses Wölfenstern Level... Hier ist Heilung... Ich würde jetzt reiken... Achicaaa... Er bruschen... Alter Scheiße, Scheiße... Von allen Seiten... Das ist doch nicht der... Ich nehme zurück was ich gesagt habe... Nöööööö... Und alle gleichzeitig wenn's geht. Von allen Seiten. Die drohnen auch noch dazu. ALTER! Beziehung in der Position, wo ich halbwegs safe bin, wo mir keiner von hinten kommt. Das ist wohl, glaube ich, relativ. Es ist nah, 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 ist die Lülle. Kommt alle her. So, auf das Scheiße Ach du Scheiße Ich hab Heilung, ich dringend Unterbrunnenpanzerung Alter Ich war schon so gut dran Nicht die Waffe Alter Als ob die nur eine Munition hatte Alter, die Drohnen ausschalten Gott, was ist mit diesem Level los? Nein, komm her Drohne Die sterben What the fuck? Alter, warum liebst du noch? Geh mit der Pistole weiter Jetzt kommt der Große hier Alter Das hätte ich eher früher gebrauchen können Alter Schwede, lass mich mal kurz ausrüsten Hier Das Kraftwerk habe ich nichts Keine Ladung Obwohl, hier gibt es ja Ladung Irgendwo Ach, nur die Ruhe Ach, nur die Ruhe Die Nuss Ich fress meine Hosen Alter Schwede Ich fress meinen Schwarz Ist das unangenehm hier Ist das unangenehm hier? Ist das unangenehm hier? Scherz Drohne Ist da noch ne Drohne oder was? Ich hasse das Ich hasse das Ich kann mal zun Ich kann mal zun sammeln Alles was ich kriegen kann Ich kann mal zun Ne, zum Lesen halten Das ist jetzt nicht Das ist nicht drun Irgendwie nicht Das schießt sich irgendwie ziemlich auf dem Präsentierter Kann das sein Das schießt sich gerade von allen Seiten Scheiß Drohne Hellung hier irgendwo Alter Boah Meine Fresse Hellung Hellung Das ist hier Hellung Ultimation Die Drohne ausschalten Alter Verwalter Hab ich kaum Deckung Alter Willst du mich rollen Ist noch so ne Drohne Das ist hier Jetzt ist heilung Reinung 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 Alter Ah Willst du irgendwas wo ich hinrennen kann Ich muss mich kurz vorbereiten älter ist direkt gegen die drohnen ich treffe keinen als ob 50 tote ich hau jetzt ab tschau Leute kann ich nicht Dachchen Alter ausrüsten ausrüsten na wofür habe ich jetzt die Heldung genommen wo ist die Drohne ich werde nochmal zuerst aus warum stehst du noch das ist noch eine verdammte Drohne Heilung ich sehe nicht wundern woher die kommen da verdammt nochmal keine Heilung kein Panzer Alter ich komme hier nicht von der Seite da kommt der große ich bin tot Alter f*** dieses Level ich bin tot ich bin tot hier ich bin tot hier ich bin tot ich bin tot